hallo und herzlich willkommen mein name ist bitbock und heute gibt es ein ganz 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 kurzes race hier online racing eingeladen von küli und von reaper online racing kann man sowieso zocken kommt bevor wenn man von freunden eingeladen wird denn in öffentlichen races ist es eher eine frustrierende sache ja wie dem auch sei hier mit küli und mit reaper unterwegs zwei alte hasen was racing betrifft also für mich ist es eher so eine sache gewesen so ja ich mache halt mal mit weil ich eingeladen wurde war dann aber doch überrascht dass ich halbwegs gut mithalten konnte guter küli oder zieht mir hier davon und der ripper ja der hat glaube ich ihnen auto erwischt mit dem man keine chance hat die lada oder irgend sowas denn normalerweise müsste er schon lange vor mir sein meine fahrkünste ja mehr oder weniger peinlich oder auch nicht wie auch immer ja im ende war ich dann doch froh dass ich nicht ganz so weit abgeschlagen war und genießt einfach jetzt die zwei runden die noch übrig sind ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020